So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsys der Dicke. Es ist Dienstag und das heißt normalerweise Dienstag, wenn wir was haben, wenn wir was machen können, wenn irgendwie versuchen wir immer ein Gewinnspiel rauszuhauen und das auch jetzt. Letzte Zeit gab es viele Accounts, Pokémon Go Accounts, Leute die ihre Accounts nicht mehr wollten, abgegeben haben, weil sie nicht mehr spielen. Level 41er Accounts, Level 46er Accounts, sonst was, Accounts mit vielen Legendären, mit vielen Shinies drauf, die Leute zum Ausschlachten genommen haben und viele haben gesagt, okay, das ist cool, mein Account ist eh kacke, da mache ich mit. Ein anderer hat gesagt, ich mache erst wieder mit, wenn es mal wieder Pokémon oder Shinies direkt zu gewinnen gibt, weil das ist das, was mich interessiert, da fehlt mir was und das möchte ich haben. Ich habe meinen eigenen Account, warum soll ich mir einen anderen Account jetzt irgendwo holen, ist Quatsch. Das sind richtige Ehrenmänner, die zeigen, dass der eigene Account trotzdem irgendwie irgendwo was wert ist. Wir haben auch Plüschtiere verlost letztens, wer das nicht gesehen hat. Danke also an die Community, die immer bereit ist, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben und ihren Mitmenschen und den Leuten hier zu helfen und zu unterstützen. Das finde ich auf jeden Fall wunderbar. Und auch heute haben wir wieder einen guten Samariter, nämlich die Shania. Naja, es war ja das Go-Fest in Berlin, es war das Go-Fest in Seattle, das Go-Fest in Sapporo steht noch aus, aber was ganz wichtig war zum Go-Fest, waren die Relaxo-Shinies mit Hut und die Pikachus natürlich Shiny. Die gab es aber auch schon bei Gera, also beim weltweiten Go-Fest. Ich sage immer Gera, weil wir waren in Gera. Die gab es da schon, die gab es in Berlin, die gab es in Seattle, die gibt es dann bei Sapporo. Und trotzdem hat nicht jeder gespielt, nicht jeder hat eins bekommen. Und wir wollen heute eine ganz große Verlosung anzetteln, also ein ganz großes Gewinnspiel-Video machen, weil irgendwie das Thema mit dem Go-Fest immer noch im Raum steht, es noch nicht abgehakt ist, man immer noch auf dem, das Go-Fest ausschlachten kann. Shania hat jetzt 5 Pikachus und 5 Relaxo gefunden, gesammelt, auf einem Account, mit dem sie dann gerne verlosen möchte. Und wir suchen jetzt 10 Gewinner für 5 Relaxos und für 5 Pikachus. Und darum geht es heute, was ihr dafür tun müsst, das sagen wir euch jetzt. Wie immer läuft das Gewinnspiel von Dienstag, ab dem Moment, wo das online kommt, bis zum Montag, das eine Woche Zeit ist, da mitzumachen, in einem Kommentar. Ihr müsst einen Kommentar schreiben, um mitzumachen, ich wiederhole es ja immer wieder dasselbe. Das Ganze läuft bis Montag, 20 Uhr, Chill mit Ramses, der Livestream. 21 Uhr, die Verlosung im Livestream, live, bei der ihr anwesend sein müsst, wenn ihr gezogen werdet, dass ihr das entgegennehmen könnt und man euch irgendwie finden kann und kommunizieren kann. Gerade auch, wie man das mit dem Tausch dann macht. Das ist also schon mal wichtig. Auflösung am Montag, 21 Uhr im Livestream und der Livestream startet 20 Uhr, das ist eine Regelmäßigkeit. Ihr überlegt euch erstmal, was ihr überhaupt gewinnen wollt. Braucht ihr noch Pikachu? Braucht ihr noch Relaxo? Oder braucht ihr beides? Ihr könnt auch für beides mitmachen. Ihr schreibt einen einzigen Kommentar unter dieses Video. Dieser Kommentar beinhaltet euren Trainernamen. Das ist der erste Punkt. Der erste Punkt muss immer her. Erster Punkt, Trainernamen. Gebt euren Trainernamen an im Kommentar, das ist wichtig. Zweiter Punkt. Schreibt einen kleinen Infotext. Wie ihr das Go-Face dieses Jahr findet, fandet, bei welchem ihr dabei wart, habt ihr gar keins gespielt? Wart ihr in Seattle? Wart ihr in Berlin? Habt ihr nur ein Ticket gehabt für das Weltweide? Oder habt ihr nicht mal für das Weltweide eins gehabt, weil ihr sagt, ihr seid komplett free to play? Ihr habt noch nie Geld ausgegeben. Deswegen könnt ihr euch kein Ticket kaufen, wollt kein Ticket kaufen. Euch fehlt demnach wahrscheinlich dann noch alles. Nur so ein kleiner Infotext. Gibt sicherlich auch Leute, die haben das weltweite gespielt, die haben das in Berlin gespielt und das in Seattle und spielen wahrscheinlich auch das in Sapporo. Das wäre also cool. Eine kleine Info für mich. Und dann als drittes der Hashtag. Der Hashtag bezieht sich natürlich auf die Pokémon, die ihr gewinnen könnt. Als erstes werden wir am Montag Pikachu verlosen. Wir werden also fünfmal ziehen für Pikachu. Pikachu geht zuerst weg. Wenn ihr einen Pikachu noch braucht und noch möchtet, dann schreibt als drittes einen Hashtag Let's Go Pika in euren Kommentar. Genauso wie es hier geschrieben ist, deswegen zeige ich das ja an. Achtet auf Groß- und Kleinschreibung und achtet darauf, dass sind drei Zahlen drin. Ich sage es dazu. Die 3, die 0 und die 1. 3, 0, 1. Let's Go Pika. 3, 0, 1 ist das hier. Also. Trainername, Infotext, Hashtag. Wenn ihr Pikachu gewinnen wollt, schreibt Let's Go Pika in euren Kommentar. Wenn ihr Relaxo gewinnen wollt, das verlosen wir dann, nachdem die Pikachus weg sind und fünf Gewinner feststehen, ziehen wir weiter und verlosen fünf Relaxo. Hier lautet der Hashtag Let's Go Laxo. Achtet wieder auf Groß- und Kleinschreibung und guckt, da sind auch wieder Zahlen drin. Da steht nämlich 3, 0, 0. Super, oder? 300 und 301. Hat das irgendwas zu bedeuten? Eigentlich nicht. Das hat sich einfach so ergeben. Ihr müsst euch nicht für eins entscheiden. Bei den Plüschtieren war das so, da musste man sich für eins entscheiden. Man musste sagen, entweder will man das Gekabor oder man will das andere. Ihr könnt ruhig für beides mitmachen. Dann schreibt beide Hashtags hin. untereinander. Und erst den mit Pikachu und danach den mit Relaxo. Ich bin ja wieder knallhart. Wir sind knallhart, ich bin knallhart. Alles ist hart, alles super. Wir bieten euch also die Möglichkeit, fünf Leuten einen Pikachu zu geben, fünf Leuten einen Relaxo zu geben. Wenn ihr keins bekommen habt, wenn ihr noch eins braucht, wenn ihr da mitmachen möchtet, macht mit. Heute das Gewinnspiel. Es läuft eine Woche lang. Bis zum Montag. Montag, 20 Uhr, Livestream. 21 Uhr wird ausgelost. Kommentar unter dieses Video, denn diese Kommentare unter diesem Video zählen. Es bringt nichts, wenn ihr 20 Mal einen Kommentar macht. Das wird rausgefiltert über das Programm, dass genau nur einmal dieser Kommentar von der Person genommen wird. Und nochmal für alle. Trainername. Erstens Trainername. Zweitens Infotext. Drittens Let's Go Pika. Viertens Let's Go Lackso. Wenn ihr keinen Pika braucht, dann schreibt nur Let's Go Lackso an Stelle 3. Und wenn ihr Pika braucht und kein Relaxo, dann einfach nur Let's Go Pika. Mehr ist es nicht. Es ist so verständlich. Es ist so klar. Es ist so deutlich. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die dann unter das Video schreiben, Hey, ich will gewinnen. Darf ich bitte? Danke. Kein Trainername, kein Infotext. Nicht mal das Video angeguckt oder so. Kein Hashtag dabei. Oder sie schreiben, Ich bin Karl von Friedrich. Ich habe alle Go Feste gespielt. Selbst das in Sapporo habe ich schon gespielt. Mir fehlen trotzdem noch alle. Herr jetzt. Kein Hashtag, nichts dabei. Wird also nicht passieren. Oder wir haben Leute, die dann halt 500 Mal untereinander schreiben und uns trotzdem falsch schreiben. Achtet auf die Großschreibung. Achtet wirklich drauf. Was, wie, wo. Zum Abschluss zeigen wir euch jetzt hier noch ein schönes Bonita. Genau. Das Bonita. Beendet jetzt das Video. Bonita. Wir wünschen euch viel Glück. Dankeschön an Genaya für das Bereitstellen der 5 Pikachus und der 5 Relaxos. Das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.